Hallöchen, Pupöchen und willkommen zu einer brandneuen Folge von Upgrade My PC, wo ich dir helfe, deinen PC auf das nächste Level zu heben. Heute mit am Start der PC vom Zuschauer Sebastian und die Story dahinter ist wild und damit würde ich sagen, lass uns loslegen. Ab geht's! Also die Bewerbung kam damals rein, FX-CPU oder AMD Phenomen 2 CPU und eine Asus GTX 1080 in einem Case, was vom Zustand damals gut aussah. Netzteil, muss man gucken. Ich dachte mir, alte AMD-Plattform, zack, da kommt ein neues Plattform-Upgrade rein, denn vielleicht ein, zwei Lüfter, damit das Ding fein ist und gib ihm. Die Teile hatte ich dann irgendwann da, dann sagte Sebastian, ich habe bereits ein Plattform-Upgrade durchgeführt. Doof. Ich so, ja, ist doof, die Teile nutze ich jetzt einfach für den anderen Zuschauer. Ich möchte trotzdem helfen, weil ich sehe da einfach in Zukunft ein paar limitierende Faktoren, problematische Faktoren, wie zum Beispiel kleines Gehäuse, kein guter CPU-Kühler, Netzteil, hm, also kann man alles besser machen, kein RGB. Gesagt, getan, Teile organisiert, cool. Ich wusste jetzt allerdings nichts von der Grafikkarte, das ist nämlich keine GTX 1080 mehr und ich wusste tatsächlich auch von dem Zustand des Gehäuses, dass das nicht mehr weiterverwendbar war, hat er mir kurz vorher, bevor ich den PC jetzt bekommen habe, kommuniziert und, ja, das ist doof, weil ich hatte es schon weiter geplant für Recycle My PC, um den halt letztendlich dann als vollständigen PC zu spenden. Ja, das kann ich mir sparen, weil das Ding ist Crap. Es bringt jetzt nichts zu sagen, kurz auf, hier hast du das Ding zurück, denn erstens habe ich keinen passenden Versandkarton, er hat das Ding gerade persönlich mir übergeben. Das Ding zurückzuschicken, der geht wahrscheinlich noch mehr kaputt. Jetzt mit einem positiven Mindset ran an die Bude und Bestandsaufnahme. Was ist, wenn ich dir sage, dass es eine Grafikkarte gibt, die du individualisieren kannst? Die PowerColor RX 7900 XTX Red Devil bietet 96 RDNA 3 Compute Units, 96 MB AMD Infinity Cache und 24 GB GDDR6 Videospeicher. Das Resultat ist eine sehr starke 4K UHD Gaming Leistung, die sogar mehrere hundert Euro günstiger erhältlich ist als bei der Konkurrenz. Ein massiver Kühler inklusive drei Lüfter und jede Menge Beleuchtung gehören dazu und die Möglichkeit, eine zusätzliche Backplate zu verbauen. Geschmäcker sind unterschiedlich und so kannst du entweder die Intrusive Backplate für einen cleanen Look oder die Generative Backplate zur Vervollständigung des teuflischen Designs verbauen. Einfach auflegen und Magnete sorgen für einen sicheren Halt. Übrigens nur kompatibel mit den Red Devil 7900er Karten und mehr Informationen findest du in der Beschreibung. So, dann schauen wir uns die Monströsität einfach mal an. Wir haben hier irgend so ein Case. Ja, Hersteller und Modell sind mir gänzlich unbekannt. Es gibt auch keinerlei Informationen diesbezüglich und aufgrund der RX 6700 XT von Asus musste das Gehäuse entsprechend angepasst werden, weil das Ding sonst einfach zwecks der Stromanschlüsse nicht reingepasst hätte. Ja, ich persönlich hätte hier einfach kurz was weggeflext, zumindest für die Stromanschlüsse, denn hätte das gepasst. Ansonsten, ja, auch innen drin wurde das Ganze so verbogen wegen den Speichermedienplätzen. Naja, also das Case ist wirklich Schrott. Dann haben wir hier oben ein 550 Watt Raspuro-Netzteil. Sagt mir gar nichts. Naja, lassen wir das Ganze. Und ansonsten sitzt hier drin noch unter diesem Xilence-Lüfter ein Ryzen 7 5700 auf diesem AORUS Mainboard. Die genaue Bezeichnung steht natürlich jetzt hier nicht sichtbar da. Schauen wir gleich. Und wir finden hier wirklich ein einzelnes hässliches Arbeitsspeichermodul und ein wunderschönes Laufwerk. Ja, also du siehst, das Ding ist ziemlich crazy, was natürlich jetzt aufgrund des Zustands und der Tatsache, dass ich auch gar keinen Seitenteil habe, quasi gar nicht so wirklich möglich ist, ist eine Bestandsaufnahme vorher, bevor ich das Ganze upgrade. Denn, ja, durch das offene Seitenteil kann viel mehr Luft reinkommen, als wenn das Ding geschlossen wäre. Denn man muss auch ganz gut sagen, hier drin sitzt keinerlei Lüfter vorne, nichts, hinten nichts. Jetzt der einzige Exhaust-Lüfter, der hier irgendwas machen kann, ist quasi das Netzteil-Lüfter-Gedüns. Ja, nun denn, möge es beginnen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was passiert. Vielleicht explodiert das Ding jetzt auch, weil es ja schon so ein Ding ist. Schauen wir einfach mal. Uh, RGB. Ah, hier unten gibt es auch noch RGB. Bei dem AB450 AORUS Elite V2. Ach, wir starten schon in meinen Windows. Okay, na gut, dann würde ich sagen, mache ich das hier nochmal alles mit den neuesten Treibern etc. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist aber nicht mein Windows. Was ist das denn jetzt? Du siehst, da ist noch irgendwo eine M.2 SSD, obwohl ich sie jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen kann. Unten ist noch ein M.2-Slot frei. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass die Grafikkarte eigentlich nur so semi gehalten wird durch diese Oberschraube. Denn eigentlich ist die unterste Schraube die, die das maximale Gewicht der Grafikkarte abfängt. Die Oberste, naja, die ist eigentlich oftmals nur zur Deko da. Unter diesem Kühler sitzt eine SSD. Ich habe jetzt schon Probleme gehabt, die irgendwie die Grafikkarte erstmal so ein Stück weit runter zu bekommen. Ich will nicht wissen, wie Sebastian hier gewirkt hat, um diese Grafikkarte in dieses eigentlich nicht dafür vorgesehene Gehäuse von den Dimensionen her reinzubuxieren. Aber gut, dann kommt das gute Stück jetzt nochmal raus. Ah, geil. Naja. Runde Nummer 2. Nicht wundern, das hier mit diesem Pappkarton hat einfach nur den Grund, dass ich die Grafikkarte so ein bisschen stütze vom Runterfallen. Denn das Montieren der Schraube zur Sicherung der Grafikkarte gestaltet sich äußerst schwierig. Da ist nahezu eigentlich fast kein Gewinn mehr da und diese Schraube wäre einfach nicht rein. Und bevor ich es jetzt wieder festwirge und in den nächsten zwei Minuten wieder ausbaue, Pappkarton. Okay, los geht's. Schauen wir mal im Biose, was jetzt los ist. Ich kann mir vorstellen, aufgrund des B450-Chipsatzes, dass durch die M.2s, der die verbaut war, die SATA-Ports deaktiviert waren. Ist aber immer noch nicht der Fall. Doch, war weiß. Er findet kein SATA-Gerät, aber eine Boot-Reihenfolge. Das stelle ich nicht mehr in Frage. Gut, Freunde, schauen wir mal in die Details rein. Also, dieser kleine CPU-Kühler auf den Ryzen 7 5700X, einer 65-Watt-CPU. Das geht sogar noch relativ gut. Maximal 75 Grad beim Cinebench Multi-Core-Test. Ich habe mit mehr gerechnet. Aber das liegt jetzt hier auch daran, dass das Ding irgendwie hier nicht wirklich drauf funktioniert. Also, von der Kompatibilität her habe ich das geprüft. Auf dem Mainboard ist die BIOS-Version F64. Mindestens für die CPU wird die Version F63 benötigt. 64 ist drauf. Das muss also funktionieren. Trotzdem ist es so, wenn ich hier einen Cinebench Multi-Core-Test laufen lasse, de facto ist es so, dass erstmal der Takt bei 3,6 GHz liegt, die Core-Voltage aber bei 0,948. Dadurch ist klar, dass halt einfach die CPU auch nicht warm werden kann, weil die Core-Voltage schon sehr gering ist. Und dadurch resultiert eben auch das recht schlechte Ergebnis. So, ich bin gerade im BIOS unterwegs. Hier steht alles auf automatisch, also quasi Default. Trotzdem werde ich jetzt hier mal die Standard-Einstellung laden. Vielleicht ist irgendwo im Detail irgendwas nicht ganz richtig und werde den Test nochmal neu durchführen. Also das BIOS zu resetten hat jetzt nichts gebracht. Takt gleich, Core-Voltage gleich, Temperaturen gleich. Also das ist es schon mal nicht. Ich mache noch das BIOS-Update und dann schauen wir weiter. Nach dem BIOS-Update und hier nochmal der Beweis, F65A ist jetzt drauf, ist vor dem Update, denn im Endeffekt hat sich nichts geändert. Es sind auch die aktuellsten AMD-Treiber drauf, die es zum Zeitpunkt des Videos gibt, für Chipsets und so weiter. Es ändert sich nichts an der Tatsache, dass die CPU nicht die Leistung erbringen kann, hier in dieser Konstellation, wie sie eigentlich vom Hersteller geplant ist. Das liegt jetzt auch nicht daran, dass wir nur 8 GB Arbeitsspeich haben im Single Channel mit 3200 MHz. Nein, nein, das ist kein Problem. Mit Blick auf das, was wir hier vor uns haben, stellt sich die Frage, wo sollte man hier anfangen, sinnvoll aufzurüsten? Denn im Endeffekt, egal ob jetzt hier nur eine andere Grafikkarte drin ist, als die, die eigentlich mir angekündigt wurde in der Bewerbung, ist es natürlich so, das Gehäuse ist hier auf jeden Fall eine Art limitierende Faktor, sprich, du kannst natürlich ein Airflow-System bauen, aber das Gehäuse ist nicht ausgelegt auf leistungsstarke Komponenten, die eben auch ein bisschen mehr Abwärme erzeugen. Klar, mit einem Ryzen 7 5700X und einer RX 6700 XT haben wir tendenziell schon sehr effiziente Komponenten, aber trotzdem, das Gehäuse ist etwas, was geändert werden muss. Außerdem bin ich der Ansicht, dass auch das Netzteil hier einfach nicht mehr 2023-like ist, wenn nicht von der technischen Spezifikation her, sondern natürlich dann auch von den Kabeln her, bin ich der Ansicht, raus damit, so ein Rasbro-Ding, ehrlich, nie gehört. Also komm, weg. Und dann natürlich auch der Prozessorkühler, aber mit Blick auf die Plattform muss ich auch dir ganz klar sagen, ein 8 GB Arbeitsspeichermodul, das kannst du halt auch 2023 voll vergessen. Ich freue mich jetzt aus dem da etwas Besseres zu machen und bei diesem Projekt ist Corsair mit am Start und Corsair hat super freundlicherweise das brandneue 4000D Airflow-Gehäuse rübergeschickt. Jetzt denkst du dir, hey, das ist doch ein 4000D, also Airflow, was ist da jetzt besonders? Und zwar haben wir in der Front die neuen AF120 RGB-Lüfter. Geil! Drei Stück davon, denn bisher gab es ja das 4000D Airflow nur mit der perforierten Front und zwei Nicht-RGB-Lüftern. Jetzt haben wir gleich Lüfter mit IQ-Unterstützung am Start, sodass das auch optisch extrem gut wird. Also ich habe ja auch in der Vergangenheit schon oft das 4000D Airflow genommen und beispielsweise die LL120-Lüfter eingebaut. Zwecks der Plattform war klar, auch hier muss irgendwas passieren mit Blick auf den Arbeitsspeicher. Und so hat Corsair freundlicherweise den Wengeance RGB RT Arbeitsspeicher bereitgestellt. Der ist ja optimiert für die AMD Ryzen CPUs mit einem etwas anderen Design, beispielsweise als die Corsair Wengeance RGB Pro oder Pro SL-Module. Und hier gibt es insgesamt 16 GB verteilt auf zwei Module, schön Dual-Channel mit 3600 MHz. Nice! Und damit auch hier so ein bisschen das Thema Speicher mit Blick auf Corsair auch vollständig ist, gibt es noch eine MP400 1TB SSD dazu mit PCI-Express 3.0 in vier Lanes. Und wenn es jetzt umfällt, genau, nein. Hier nochmal die Übertragungsgeschwindigkeiten, die diese SSD bereitsteht, das ist schon richtig, richtig flott. Denn, ich sage dir auch, die M.2 SSD, die hier vorher drin war, die hinter der Grafikkarte war, ist so eine 256 GB No-Name SSD. Und naja, 256 GB sind halt schon richtig wenig. Wir haben das 4000D Airflow RGB mit den AF-120 Lüftern. Ist klar, in der Front werden drei Stück für ordentlich Airflow zuständig sein. Aber irgendwie sieht es halt hinten so ein bisschen auch oben leer aus. Stimmst du mir? Sicherlich zu, ne? Die Herausforderung war bisher bei vielerlei Corsair-Produkte eben halt einfach alle Lüfter identisch zu gestalten. Oftmals war das nur dann möglich, wenn man nochmal zusätzliche Lüfter gekauft hat, beispielsweise hier sechs Stück an der Zahl. Dadurch, dass hier jetzt die AF-120 Lüfter zum Einsatz kommen, kann man auch jetzt die neuen AF-120 RGB Elite Lüfter einzeln kaufen, falls man eben nur das Case nochmal mit drei weiteren ausstatten möchte, damit das einfach homogener wirkt. Bleibt da am Ende des Tages die Frage, was machen wir mit der Prozessorkühlung? Und deswegen hat Corsair hier freundlicherweise noch eine H150i Elite Capellix XT-Wasserkühlung bereitgestellt. Und was ist an der besonders? Erstmal und dem Corsair-Liebhaber wird es aufgefallen sein, ein brandneues Topcover auf der Pumpen-Kühleinheit. Außerdem ist jede dieser neuen XT-Wasserkühlung mit den gleichen AF-120 RGB Elite Lüftern ausgestattet, sodass man wirklich ein cooles Lüfter-Matching hinbekommt. Und dazu gibt es die bekannten Corsair RGB Capellix LEDs, die natürlich eine sehr starke Leuchtkraft bieten. Ich bin ein Rasbro-Netzteil mit Ketchup-Symphkabel aus einer früheren Zeit, früheren Dekade und ich werde getauscht gegen ein Corsair RM750X RMX Shift-Netzteil. Jetzt denkst du dir, höh, sieht eigentlich aus wie ein normales Netzteil. Warte, Bro, ganz genau. Die Anschlüsse sind nicht hinten, sondern an der Seite. Dazu gibt es noch ATX 3.0 und 80 Plus Gold, ein vollmodulares Netzteil. Und diese Anschlüsse auf der Seite zeige ich dir gleich. Bleib dran. Ich muss kurz eingrätschen und freundlich nochmal darauf hinweisen, dass hier die Abstandshalter, dessen Positionierung schon extrem wichtig ist. Denn wir haben bereits mehrere Fälle von einer solchen Fehlplatzierung bei FixMyPC gesehen. Und im Endeffekt waren halt genau die dafür verantwortlich, dass halt das Mainboard beschädigt wurde auf der Rückseite. Ich möchte an dieser Stelle Sebastian nicht zu nahe treten, aber die Qualität des PC ist nicht gegeben. Du siehst da, wo der Fall hin zeigt, ganz genau eine Beschädigung der Leiterbahnen. Inwieweit das jetzt Auswirkungen bereits hat, weiß ich nicht, aber die Beschädigung ist da. Und ja, einfach aufgrund dessen, dass eben nicht darauf geachtet wurde, wo die Abstandshalter hin müssen. Da, wo Abstandshalter hin müssen, sind Löcher, um das mal hin zu verschrauben. Ich meine, bei den anderen hat es ja auch funktioniert. Ist klar, wo Schrauben rein müssen. Aber wenn dann auf einmal einer ist, wo keine Schraube reinkommt oder irgendwie reinpasst, weil da was im Weg ist, sprich das Mainboard, das PCB, der CPU, der Chipsetskühler, dann müsste doch das irgendwo Klick machen im Kopf und ein Aha-Effekt erzielen, dass der Abstandshalter dort falsch ist. Bevor die Frage aufkommt, was ich jetzt mit dem alten Case mache, Netzteil, etc., etc., da war es wieder. Das werde ich zu meiner Entlastung an Sebastian zurückschicken, denn A, ich kann es nicht verwenden und B, ich bin jetzt nicht hier da, um das Schrottzeug hier zu entfernen. Bei Sachen, die wirklich kaputt sind im Rahmen von FixMyPC oder halt einfach so stark verschmutzt sind, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, das sauber zu machen im Rahmen von CleanMyPC. Okay, dann bin ich bereit, das wegzumachen, aber hier, naja, allein wie es bisher alles gelaufen ist, das schicke ich ihm zurück. Und immer schön auf die Abstandshalter achten, denn dann kann dich keiner verachten. Und ganz wichtig, so viele Schrauben, wie das Mainboard benötigt, bitte auch reinmachen. Oh, und dieser wundervolle Kühler hat es auch richtig in sich. Du hast den CPU-Kühler gerade schon gesehen, das sieht sehr eigenartig aus. Ich möchte kurz erklären, woran das liegt. Wir haben hier erst einmal natürlich eine moderne Plattform, aber der CPU-Kühler ist halt uralt. Und uralt sind halt natürlich auch die Reste von Wärmeled-Paste auf dem CPU-Kühler. Die sind aber natürlich auch hier auf der CPU noch drauf. Die normale Wärmeled-Paste, grau, sage ich einfach mal, die kennt man. Das, was so ein bisschen bräunlich, kupferfarben, bronzemäßig ist, das ist eine uralte Wärmeled-Paste, die man so schätzungsweise vor 10, 15, auch 20 Jahren genutzt hat. Die war halt so ein Bronze-Kupferfarben und war auch sehr ekelhaft zum Entfernen und auch zum Auftragen. Also nicht so, wie man es heute von guten Wärmeled-Paste-Herstellern kennt. So, dann schauen wir mal, dass wir das Zeug hier wegbekommen. So, ne? Ja, das siehst du halt auch, dass es kein reines Grau ist, sondern halt so eine Kombination aus Grau-Braun-Kupfer. So, damit kann ich sagen, wir haben dann alle drei Community-Formate vollständig in einem Video. Denn bevor ich das gute Stück jetzt hier irgendwie weiter, naja, aufrüste, upgrade, würde ich sagen, mache ich das Ganze auch ein bisschen sauber, ne? Weil ansonsten ist das ja mit der neuen Hardware nicht schön. Bei den neuen Corsair-Produkten, muss ich ganz ehrlich gestehen, merkt man einfach die Liebe zum Detail. Beispielsweise sind aber auch die Lüfter mit so ganz kleinen, ja, Beschriftungen ausgestattet, die das Ganze einfach nochmal so ein bisschen highlighten. Also einfach nochmal in den Vordergrund stellen, was es für Lüfter sind. Beispielsweise aber auch, dass natürlich das Top-Cover nun gleich ist mit den kleinen Dreiecken zu beispielsweise den einzelnen Lüftungslöchern beim Gehäuse. Dann natürlich wie gewohnt bei den Wasserkühlungen der Hub, also ein Commander-Core für bis zu sechs Lüfter mit PWM und 4-Pin-Corsair RGB-Anschluss. Und auch hier nochmal der Hinweis, bei dieser XT-Wasserkühlung-Serie kommt die neue XTM 70 Wärmeleitpasse zum Einsatz. Und ich meine, ehrlich, wer macht sich denn die Mühe und macht die im gleichen Dreiecks-Triangle-Design wie den Rest vom Corsair-Lineup? Details. Ich liebe sowas. Ich verlinke dir gerne mal die Komponenten in der Beschreibung. Ich fühle es jetzt schon richtig hart. Ich liebe es jetzt schon richtig hart. Ja, Freunde, das ist der aktuelle Stand. Und ich muss ganz klar sagen, seit Jahren ist das mal wieder neue Hardware, die mich extremst begeistert. Das Thema Netzteil ist eigentlich etwas für die Leute, die wirklich Liebe und Interesse zeigen an Elektrotechnik. Den einzelnen Raffinessen und Highlights eines jeweiligen Netzteils, das Ganze zu erfahren. Für mich ist es so, ist das eines der größten Highlights und Innovationen im Netzteilbereich seit zehn Jahren, dass die Netzteilanschlüsse einfach auf dieser Seite sind und nicht wie bei den restlichen, auf diesem Planeten erhältlichen Netzteilen hier hinten, wo du eben, wenn du zum Beispiel Kabelmanagement machst, einfach jetzt niemals mehr drankommen könntest, um beispielsweise ein zusätzliches SATA-Stromkabel anzuschließen. Hier wirklich richtig gut. Es gibt genügend Platz, um jetzt auch die ganzen Kabel hier reinzudrücken, um die Seitenwand zu schließen. An dem Netzteil sind etwas kleinere Anschlüsse als beispielsweise an den einzelnen Komponenten. Auch dadurch kann man halt die Kabel nicht mehr irgendwie vertauschen oder verdrehen und das Ganze irgendwie verbocken. Das ist alles super geil und ehrlich, das fühle ich wirklich sehr, finde ich mega und das fühle ich sogar noch mehr als beispielsweise ATX 3.0. Finally, alles ist zusammengebaut, Strom liegt an, ich würde sagen, der erste Start. Und es leuchtet direkt alles und es dreht sich alles. Perfekt. Innerhalb von IQ ist es jetzt so, wir haben drei Komponenten. Wir haben ja einmal die Wasserkühlung, den Arbeitsspeicher und den Lightning Note Pro, der beim Gehäuse dabei ist. Über diesen sind letztendlich alle sechs Lüfter vom Typ AF120 Elite angeschlossen und darüber lässt sich das Ganze steuern. Über die Pumpe könnte man theoretisch über den dahinterliegenden Commander Core auch noch Lüfter in dessen Beleuchtung steuern, wenn man die direkt dort anschließen würde. Ansonsten ist aber hier letztendlich über diesen Punkt der Wasserkühlung die Kühlung zu finden, wo ich jetzt einfach mal die Lüfter so auf rund about 900 Umdrehen pro Minute laufen lassen habe. Pumpe einfach auf leise. Also das reicht hier vollkommen aus. Und die restliche RGB-Steuerung IQ und die Corsair-Komponenten, das ist, glaube ich, relativ bekannt. Und jetzt das Ganze wirklich im Einzelnen Schritt für Schritt durchzugehen, würde dann doch den Rahmen des Videos sprengen. Okay, Friends, ich habe gerade mal geschaut, ob sich das wegen der CPU-Performance irgendwie verbessert hat. Letztendlich muss ich sagen, nein. Im Endeffekt, die Kühlung ist genauso gut wie vorher. Also klar, sie ist besser durch den 360er Radiat, aber wir sind immer noch im Bereich des wirklich Kühlseins, beispielsweise maximal 50 Grad. Generell läuft die aber auch immer noch mit 0,9...Volt und liegt halt technisch irgendwo so im Bereich von 4.000 Punkte. Ansonsten werde ich gleich noch die SSD von Sebastian einbauen und einmal das Ganze starten. Wir haben aber auch schon zu Beginn des Videos gesehen, da startet aber irgendwas und letztendlich ist da ein Passwort dahinter, weil es ansonsten wäre das System direkt ins Windows-Reihen-Desktop-Ware zu sehen gewesen. Sondern wir sind hier beim Unbede-Screen stehen geblieben. Das euch nochmal zu zeigen, bringt nichts, weil es hat sich ja technisch nur das Außenrum herum, bloß eine Kühlung geändert. Das hat jetzt nichts mit der Lauffähigkeit des Betriebssystems zu tun. Ich werde Sebastian nahelegen, die neueste IQ-Software von der Website herunterzuladen und zu installieren. Dann kann er das ein bisschen konfigurieren, etc., etc. So, wie oft habe ich eigentlich heute etc., etc. gesagt. Die Thematik mit der CPU-Performance. Ich muss jetzt hier wirklich mal die weiße Flagge hissen, denn ich bin durch mit diesem Projekt. Das war alles von vorne bis hinten jetzt echt ein nicht ideal verlaufenes Projekt. Dann jetzt noch technische Probleme in Form der CPU oder dem Mainboard. Ich habe jetzt auch echt keinen Bedarf, nochmal das Ding auseinanderzugucken, zu legen, andere CPU rein, Mainboard zu tauschen, etc. Boah, ich bin durch. Ich bin echt durch jetzt hier mit diesem Projekt, weil es war jetzt einmal alles von fix, clean und upgrade my PC. Und ja, irgendwann geht einem dann doch mal die Puste aus. Bisher hat es Sebastian anscheinend nicht gestört, dass das Ding irgendwie nicht die volle Leistung bringt. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Vielleicht liegt es jetzt einfach auch nur an so einem komischen Cinebench-Bug. Ich weiß es nicht wirklich und mir fehlt jetzt auch wirklich die Zeit und auch die Energie, jetzt das Ganze noch bis ins kleinste Detail zu überprüfen. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben. Die Teile sind in der Beschreibung verlinkt. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Abonnieren, Glöcke aktivieren und vor allem den Kommentar schreiben. Mit Feedback nehme ich sehr gerne an und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis neulich ganz genau. Ciao.